Mein Name ist Felix Lehrmann und in Zusammenarbeit mit der Firma Rohema habe ich die große Ehre, euch meinen Signaturstick vorstellen zu dürfen. Das Besondere an meinem Stick ist, dass er sehr, sehr universell einsetzbar ist. Er hat die gleiche Länge wie ein 5a oder 5b, ist müh dicker als ein 5a Stick. Die kleine Kuppe hier oben, die finde ich sehr besonders und die habe ich so in der Art hier in unseren Breitengraden noch nicht gesehen. Auf dem Ridebecken klingt er sagenhaft schön. Das Modell, wie ich es jetzt hier vor mir habe, ist wirklich einzigartig. Er hat sehr viel Power und ist ultra filigran. Gibt es so noch nicht auf dem Markt. Wir haben viel über Lackierung, über das Ende auch gesprochen. Mir war sehr wichtig, dass das Ende hier einfach abgerundet ist, weil ich den Stick oft sehr weit hinten anfasse. und einfach sicherzustellen, dass am Ende hier wirklich zwei gleichschwere und mit gleichem Ton gepitchte Sticks in meinen Händen landen. Es war schon immer mein Traum, meinen eigenen Signaturstick zu machen nach meinen Vorstellungen. Und er ist nicht nur wunderschön, er klingt nicht nur wunderschön, es ist wirklich ein haltbares Gerät. Und ich bin unfassbar stolz drauf. Stig. Stig. Untertitelung des ZDF, 2020